kann ich ja man kann es sein dass das das sei ja hat ja zum beispiel irgendwie wie die 500 dass die dass die irgendwie den schaden gefressen hat weil ich dann direkt vor mercy es geht nicht durch ja gut da immer nur das ist mein schild der dann voll wird aber ja es ist aber trotzdem jemand der hinter dir steht ja ja da geht es trotzdem ab ich weiß könnt ihr bitte senjata töten leu wie er mich nicht da und kriegt alter daunen röschen wenn wir eins der beiden games noch gewinnen dann kriegen wir glaube ich eine gute platzierung ja das ist ja ganz ok leu hahahaha dieser depp nie mehr entgeht mir was du an dieser depp oder dieser app gesagt app dieser depp der reaper hat sich zum hochgelapositiv macht doch keinen unterschied hehehe hehehe ja aber aber freunde menschen das war so chillig am ende ich stehe so ganz gechillt auf der fracht ihr kämpft mit den tanks boller erst den jata weg dann mercy weg und dann kommt nochmal reinhahn hehehe vor mir kann sich niemand verstecken wir waren auch vollständig zu sechs dank dem rest ich habe ich habe noch überlegt ob es sich lohnt den jetzt schon zu machen da habe ich mir gedacht sechs leute an der fracht und die müssen in over time rennen aber abteilen es war genau die richtige entscheidung mich wieder zu bewegen für den tp ja ja ich habe kurz gezögert aber dann habe ich mir gedacht die müssen nur für dres ne ne ich habe gedacht okay die müssen ja eh noch laufen also beziehungsweise äh aua aua du hast mir weißt du dir die 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 also ich kann ich kann dir wenn du willst ein headshot geben außerdem hast du mir den art meinen arsch nicht gerettet weil ich tot bin gerettet es ist ein bisschen leben warte mal hier eiskalt wie hat das denn gemacht df was du brauchst leben jetzt stehen die dann nur noch rum auf dem letzten auf dem letzten punkt bei dieser karte sterbt wenn es geht an der fracht dann kann ich euch von unten wiederbeleben da können die nichts gegen tun ja beim attack nicht da solltet ihr nach möglichkeit aber ich muss sagen seit die das mercy highlight hochgepatcht haben sich so viele andere mercys jetzt darf ich hier hatten oder du machst einfach so ein zensurgeräusch darüber und weißt du was ich werde es trotzdem nicht rausschneiden viel zu viel arbeit das ist ja das ist ja alles an cut guck doch sowieso kein schwarzer hier guckt ich zeig dir meinen kindern was was steht eigentlich auch wenigstens to do list ich glaube ganz viel peanut butter gehen wir wieder alle links 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 und dann von uns würde ich sagen die haben keine video maker kam dann der 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 schuss und die haben die pferde und sind ja da die haben alles was nervt so wir haben den den ersten export haben wir die reagieren ja überhaupt rein hat ich habe dich auch gehealt wo warst du denn aber hier in den guten punkt und den wir verteidigen können da haben wir kein was zu machen ab jetzt ulf boah das ist eine gute geschwindigkeit ich habe sie gerade geteilt ich bin gerade tot sorry danke blo habe ich dich gehealt? weiß ich nicht knappes ding gerade rechtzeitig aktiviert ich muss mein schild aufladen 73% ult ich habe noch nicht mal meine ult und wir haben den ersten punkt schon solider beat ist auch schon fast ready meine wäre ready bring mich mal gleich irgendwo und zu res ist jetzt auch da ja solange wir den druck aufhalten können super ja spray 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 nice man merkt sofort dass das zwei verschiedene team ja 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 aber fühlt euch nicht zu sicher nö nö wollen wir mal solider beat und all in oder ist das blöd ne solange jetzt gerade haben wir keine keinen not dazu hat nicht mehr viel glatt den an sehr gut rest von mercy ist auch raus hab ihn stunde oh oh wo denn läuft ja hau drauf hau drauf hau drauf hau drauf hau drauf hau drauf ja wir dürfen uns die ganze super auch wenn die wenn die gerade nicht nicht so gut spielen wie wir es von den anderen gewöhnt sind heißt das nichts wir haben schon offen wir haben schon noch ein knick ist nochmal richtig gut zu verletzten ja nicht wenn ich meine die haben eine mercy die haben die mercy da musst du deine old schon zweimal platzieren ja es sei denn es sei denn deren mercy kennt den kennt weiß nicht dass man dadurch beleben kann easy drei leute fahrer 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 um wenn wir den linken wallern wir hier einfach rein wortok kommt von der rechten seite rechte seite ist wortok genau holen wir oh hat noch ein bisschen schaffe hopf durchschreitet die vivas boah leute der beat kam gut ja der beat war super danke schön ich bin glaube ich da ja ich bin noch die gegner sind gerade gut geguckt glaube ich ich bin tot selber nochmal gruppen jetzt damit wir den finalen push machen können ja nein beziehungsweise aktuell beschäftigen wir sie aber auch noch ganz gut scheiße wir müssen Lukas muss seine ulti aufladen und dann müssen wir vorher den hast du Heilung äh sorry sorry hier hier ist doch nicht bereit du solltest richtiges mal hin einfach drauf passen und die ulti aufladen und brauchen wir nochmal eine gute combo gleich meine ist ready Lukas was ist denn hier reaper über uns der will ulten äh kahn du bist ein bisschen weit vorne ja fack 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 80 prozent auf solider beat 86 boah äh Lukas wie weit karen ist der reaper noch da nice soll ich ja reaper rechts geht rein ich mach soliden beat ok jetzt wirds massiv er ruht sei halt auch oh 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 der kree down durchschreitet wie iris hab meine ui schon wieder perfekt das war mercy ach das still sorry ap ja kein problem links mc oh dangit ich will gegner sind da noch zu spiele ja ja wir sind gerade mega un na irgendwas hier umstellen irgendwie funktioniert es gerade nicht haben die was geswabed die haben drei ne warte es war einfach unglücklich ja Lukas hast du deine ult gejucht immer damage boost ja hat er ok warum spricht er gerade nicht mit uns äh weil er pushen tork hat und es wahrscheinlich vergessen hat oder er momft grad was oh der ist gerade hart am rasten mhm quatsch lukas auch nicht komm wir ballern einfach ein bisschen drauf riefer steht oben lukas ich ist aus dem heal raus geflogen oh xyronix oder schild von links ist gleich down dann versuchen wir mal schild bricht ja komm zurück wenn wir sie raus locken ist es auch besser wenn sie hierhin kommen jetzt wird es eng eine minute noch 1.30 ah was ist eng wir können das das ist eng wir haben schon sehr weit geschafft einen falls wir den verkacken haben wir noch einen angriff hinter euch der ist hinter euch perfekt wie ist denn der egal das mal eingeprägt noch nicht weiter geht's komm ok oh 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 ich möchte es direkt dahinter out of position nah ok ulti status voll wir haben schon mal ich bin nicht da vielleicht sollten wir jetzt rufen und dann ulti rufen 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 ja komm ich mach mal rein wollen wir rein los egal egal das gibt es nicht stehe ich da gerade und der macht nicht weg bring doch zu meiner leiche ja das ist der plan ich habe den nur rüber gezogen das nicht wieder das gibt es doch nicht da haben wir fünf minuten an diesem punkt fünf minuten gehen schnell rum ach man dieser scheiß reaper mercy macht jetzt res hab meine ulti aber wir nein hat sie schon raus aber reaper hat fack bin tot der rendert ist fast down wir ein team kill und wir sind durch scheiße hast nicht geschafft wie passiert wie passiert können wir schaffen wir haben sehr weit geschafft der konnte ich auch nicht tun warum hast du nicht mehr mit uns geredet als du gesagt du beschäftigt boah reißt er noch in etwa sekunde dein schild hoch ich habe die ganze zeit meine ulti gepostet was soll ich mehr machen reden wo die gegner sind dasselbe spiel von vorne wir versuchen den knick zu halten der super gut zu verteidigen ist ja also nach der kule und ich versuche meinen tp da zu positionieren in der für den punkt halt klingt nach nem plan ja es ist ärgerlich dass wir das nicht geschafft haben wir haben es sehr weit geschafft ja das kann man gut schaffen denke die hatten rein hat das ist immer ja das ist scheiße gegen die er hat dieses scheiß reaper der reaper war das problem ja hätte der reaper mich am ende nicht gekillt aber ich musste erst noch ein stück zurück rennen um ihn weg zu kiten aber es hat leider nicht ausgereicht er hätte nicht hinter uns kommen dürfen der reaper es darf er jetzt auch nicht also das hier ist der punkt aber wir empfangen sie schon ein bisschen weiter vorne damit wir und dies aufladen können wenn es weit ist ja da vorne am hier denke ich brauchen auf jeden fall auch leute die oben stehen nicht zu weit gehen sonst wissen die was wir haben also wir versuchen hauptsächlich sie hier unten zu beschäftigen oben ist hier im knick den wollen wir hart verteidigen am besten wenn ich bis dahin die ulti habe deswegen müssen wir sie vorher im empfang nehmen damit ich auch rein kann turi du stehst ganz alleine ganz weit vorne ja schon auch noch das wird doch gerade nichts wann passiert denn endlich was wie geht es los sie haben eine zaya 3 2 1 hoch ja komm zurück alles gut hat bisher überhaupt jemand hier sehr gefährlich für reinhardt charge der kann hier super gut Cargo mach alter irgendwer wird gleich hinter uns sein und ich tippe auf mcquee hol der seal pack hol der seal pack ihr könnt euch ab jetzt auch das seal pack holen ne ja Flor wie siehts ult technisch aus 46 das gibts nicht alter ne scheiße die ulti weg passt schon passt schon hinter uns mcquee aber ich habe seine ulti nicht raus ich komme gerade aus dem klick nicht raus die online zieht euch zurück zu den wir machen jetzt den klick mir stirbt keiner weg danke Kano suchen gerade 100% genaulichkeit die pharah ist doch OP ja shit ihr dürft einfach jeden schuss ist ja egal weg 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 naja wenn sie aimbot hat haben wir es aufgenommen ja hat sie nicht aber das ist halt pharah ne schießt 80 meter daneben mach einfach 50 prozent schaden es reicht auch aus kann jemand nach oben gehen nur aufpassen dass oben links mcquee tp steht er hat es verkackt er sollte nicht an mein tp kommen dürfen wo ist der denn genau da ah ok da in meiner ecke ist nicht schlimm ist nicht schlimm ihr seid sofort wieder da ist eigentlich auch gut zu verteidigen wir kommen wenn wir da shoppen sind ja ja punkte psionics geh mal ein stück raus ich hatte die sphäre der sphietracht mit sphietracht mir abgeholt jemand muss an die fracht die schieben mhm 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 tp steht noch wie viele aufladungen 4 st hat mcquee fuck hüfte legen nja ja das kann ich auch mercy mhm 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 ryanath ist bei mir der hat ist beim tp ich brauch Hilfe beim tp was die zum teleporter wird eingelaufen teleporter쪽 da jemand an der fracht ich werde wechseln jetzt und brauchen wir mehr heal oder mehr 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 gesund und runter Mei ist immer gut, wir brauchen nicht mehr Heal. Ja lass mal, warte warte warte, du gehst zu weit vor, du bist alleine. Im Knick dazu machen, dass wir super zu verteidigen werden. Mercy steht oben. Turi oder Sy kann einer von euch oben die Brücke und das Schiff sichern. Dass sie nicht da oben rum gehen können. Ja ich konnte ein Double Kill raussetzen. Ah ne das ist ein Senjata, Out of Position, ja schön. 98% Ult ist voll wieder. Alle einmal durchatmen, wir schaffen das. Ja hoffentlich. Da packen wir das. Nur nicht so weit nach vorne, wirklich hier bleiben, nicht nach vorne gehen. Ich bin so weit vorne, weil ich Mei bin und... Aua. Aua. Fah, versucht mich zu kriegen. Ich habe auch Angst, der Mcree, ich habe den Mcree schon sehr lange nicht mehr gesehen. Das stimmt. Er hat mich fast kaputt gemacht. Was ist der denn? Leider weit hinten. Achtung. Jawoll! Was ist das für Sarah? Sehr schön. Reinhardt ist weg, das ist gut für uns. Reinhardt ist nicht weg. Mcree ist weg. Fahra? Die hat nen Rest, ne? Die hat nen Rest. Ne, ich hab sie down. Fahra hat glaube ich Ulti. Warum einem Fahra zu flöde Mist kaputt gemacht? Ist jemand oben, oben ist keiner mehr. Fahra von oben. Hab ich weggemacht. Sweet, sweet. Alles gut, alles gehört. Ähm, es ist keiner. Die wollen nicht zu sehr, die wollen nicht zu sehr. Lukas, du achtest darauf oben, oder? Ja. Ich bin... Ja. Soll ich die offensiv oder defensiv einsetzen? Weil es kann ja auch auf der anderen Seite jemand durch. Ah ok, Sy ist da. Komm, geht drauf. Ach, ich bin down. Die haben nen Reaper jetzt. Nice. Nicht zu weit nach vorne gehen. Fahra down. Lukas, geh weg. Achtung, zurück. Geh weg, geh weg. Ihr seid sehr weit vorne, wie ihr seid unterzahlt. Zwei Ulz von uns. Eine Minute noch. Bleibt im Knick, nicht bei der Fracht. Ich bleib ganz hinten stehen. Bisher habe ich nichts abbekommen. Weep ist bei Lukas. So was musst du sagen. Ja. Sonst hätte ich dich fast zu spät geheilt. Alles gut. Die sammeln sich für ihren letzten Push. Ja. Und Fahra ist ready mit Ulti. Vorsicht, gell? Die unter Garantie ist die ready. Deswegen einfach nur gucken, dass sie nicht an uns vorbeifliegt, hinten rum und dann... Ja. Schucken wir damit alle ganz viel will. Wo ist Fahra? Oben. Oben, rechts. Weepa. Äh, Gegner haben jetzt schon Weepa. LOL! Der Weepa hat mir irgendwie in die Fesse geschossen. Fack. Fack. Der Rhein hat push. Fack, fack, fack. Spin fast los. Die Ice Wall war perfekt. Oh, da ist Fahra, ja. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe und ich hab euch. Und ich wurde hart weggefistet. Oh, fuck. Ich auch. Jemand an der Fracht? Aber die haben viel weniger Zeit für den letzten Fuss als ihr. Oh, nice, Turi. Nice, Turi. Mercy. Ich bin dran. Vier, drei, zwei. Ich bleibe an der Fracht und halte mich. Die noch ein bisschen. Kann genial werden. Nein! Super Flo! Super Flo! Nice! Richtig gut Flo! Gut gespielt, Leute. Du weißt schon, was Play ist. Mein Rest? Alle gut gearbeitet. Könnte sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war unser vorletztes Game, oder? Ja. Dann würde ich mir jetzt gerne noch ne Kippenpause erlauben. Ah, die meint dieser Raucher. Ja. Erst mal darfst du dir mein Highlight angucken. Ich war nämlich fast zu spät. Könnten wir auch noch ne Stunde Pause machen oder so? Von mir aus könnte ich noch mal eben Getränke holen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Erst mal gegen die Treppe. Muss dahin. Äh. Äh. Huiii. Und danach fanden sie mich nicht mehr gut. Also von mir aus können wir ne halbe Stunde Pause machen. Wer ist dagegen? Ne. Ich. Also ich würde gerne das letzte Match jetzt eben schnell noch durchhauen gleich. Also fünf Minuten Pause, damit wir noch einmal durchatmen können. Ja. Weil ein Match noch. Das ist 20 Minuten. Ja, aber ich muss Getränke holen, auch richtig. Ja, 20 Minuten. Wir machen 8 Uhr zu. Ja, wird dann so knapp. Was brauchst du für Getränke? Ich kann dir die morgen auch holen. Ich bin sowieso morgen in der UA, Sir. Geht darum, weil ich jetzt gerade ein Auto hab, deswegen. Stimmt. Sollte es bei uns in der Gruppe sein. Das kommt sonst nicht gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du. 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 Ja. Ok. Aufnahme läuft. Und. The last one. Wir sind schon bei 70% Gewinnquote in jedem Fall Und jetzt holen wir uns die 80 Und wenn nicht ist auch nicht stimmen Wenn wir es zu sehr wollen Unser Problem ist halt Fabi Wir dürfen es nicht zu sehr wollen Wir müssen einfach entspannt weiter spielen Ja Das ist einfach nur ein ganz normales Spiel Einfach nur Das ist ein ganz normales Spiel Wir tryharden nur sehr Genji's Leap Irgendwie verspüre ich den Gang dann doch mal bestes Faktos Oh und da fangen die Throws an Tschüss Vodka Und dann Vodka Industries Auch nice Hier kann die Symmetra auch super gut auspacken Hier brauchst du Symmetra für den ersten Punkt sogar Fast zwangsweise Und wieder nur 5 Silber 5 Silber können uns trotzdem Aber 6er Team ganz wichtig ne Machen sie sich bereit Da hab ich mehr Respekt vor als Vor Gold Wolltest du nicht Ach stimmt für Attack Ich könnte sie auch mit Attack auspacken Aber Wo steckst du dir Symmetra denn immer hin Dass du sie auspacken kannst Wir haben keine Symmetra Neee Ja wir sind auch Attack Nee Ja Oh Ich hab Piskat rein Blüten Piskat Attack Keiner hört mir zu Mitra hat neuerdings Dreadlocks Ja Hahaha Und es ist jetzt schwarz Was haben sie gemacht zur Anpassung der Helden Jetzt gibt's was auf die Ohren Das war sie nicht vorher schon schwarzen Mehrere Titane Das ist mir aufgefallen Mercy trägt ab jetzt ne Burka Boah ein Burka Skin aber Das wär ja mal was Ekelhaft Ich will gar nicht hier reinkommen Warum nicht alter Was spricht dagegen Alles Ich bin für einen Burkini Skin Das ist viel besser Also sie haben Sie haben auf jeden Fall ne Mercy Hab ich grad weglaufen sehen Und anscheinend Und anscheinend Ancheinend Ancheinend Alles Glauben wir laufen durch War Lucian War Lucian War Lucian Lucio kann ja echt besser klettern als Genji Das ist ja wirklich Je mehr ich in Spiele desto geiler Fokus Die Affe ist schonmal neufig Wir haben Bumblehand Als Gegner Der Name ist hoch Erstmal ein bisschen abchecken Hier ein bisschen gucken Sie haben eine Symmetra oder? Habe ich das richtig gesehen? Doch nicht Die ist wieder hoch Keine Laser am Start Tracer Wo ist sie? Wir haben Tracer in der Verteidigung Das ist sehr gut für uns Wollen wir alle links rein gehen? Tracer Alle links Oder rechts Links Komm Schilde Perfekt Okay wir sind links Hier haben wir schonmal den Highglauern Oh Dankeschön Jury Ja Nice Oh come Komm Komm Wir stehen sehr gut Oh 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 Rhodey Rhodey hat mich Aber ihr steht da zu finden Sehr gut Sehr gut Der Mercy hat mich ausgeschaltet Mach das Tor ein bisschen zu Stimmt, wo ist deren Mercy? Ich nehme das Ziel ein Geh schonmal ein bisschen vor Die Mercy hab ich ausgeschaltet Tracer versuchts nochmal Tracer Ich hoffe dass du ein Tracer main Durch 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 Schnell Ehh Ehh Erstmal? Schönen direkt durch Komm 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 Oder wollen wir direkt durch 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 Los Links Nicht frontal drauf Passt auf die Mercy auf Links Weg hier durchs Gebäude Zack Einfach hier durch oder? Tracer ist hinter euch Nicht zurück gehen Ehh Komm go Rückzug oder weiter Weiter Isoliert Achtung nein Pass auf Boah Ich kann mich jetzt nicht entscheiden was Naja das war alles gut Alles gut alles wichtiger sein Das war nicht gut Ja Tracer Fuck Alle Ich bin raus Mercy hat ihren Riss raus Schöne Stunde Ich bin down Aber so Liga beat ist fast McCree ulti draus Oh Oh Lass mal hier versuchen ein bisschen was zu starten Ah fuck Tracer hat mich Also wow talk aber Es sah nach Tracer aus Groupen Das hat keinen Sinn mehr Ja Komm zurück Glaub ich Oh 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 Ne wir warten einfach wieder auf eine gute Combo Guck dass wieder ready ist Ich würd sagen wir gehen diesmal wieder links rum Aber nicht den Wir gehen dann den langen Weg oben Dass wir oben rum Gehen Oh genau Nein Alter wie zur Hölle hat mich das nicht getroffen Keine Ahnung So Lächerlich Der Roadhog Tracer hinter dir Wir müssen ein bisschen Es konzentrieren Also ich glaube es ist eine sehr gute Idee wenn wir links rum gehen und den Hohen Weg gehen Lass uns groupen Und dann alle zusammen mit meinem Speedboost etc. einfach Meine Uhr schon ready Dann sind wir schon in der besseren Ausgangsposition Gehen mal außen rum Ach das soll nämlich Das ist doch wohl nicht wahr Der Roadhog ist nervig Warten wir noch auf Tobi spielt Wir warten auf Tobi spielt Ah ok Sie hat mich gleich 7 HP Die ist aber auch fast da und da Ok sind alle am Start Tobi ist da Ja Wartet 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 Tracer ist hinter euch Tracer ist hinter euch Tracer ist komplett hinter euch Ich brauche auf Deswegen Ist tot So machen wir es jetzt? Ich bin nicht da Ich wäre auch ein Selbstmod Ich werde Zeit verschwinden Wir müssen das Alle sind geschlossen durchgehen 1,2,3,4 Ich bin sofort wieder da Ja Perfekt So Von mir aus kann Turi da oben stehen bleiben und markieren Aber Mango geht jetzt hier links durch Seid ihr in Position? Ja Ok Dann mal rein Turi Komm lass uns die mitnehmen auf dem Weg sitzen Ok weiter dann Hier hoch Beat ist raus Zarya wird bereit sein Ich bin jetzt hier hoch Kommt ihr hier hoch? Ok bleibt da Auf dem hoch 3-0 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 Mercy down Mercy down 3-0 Denkt nix wir sind alle tot Nein Die leute leben noch Jetzt ich nicht mehr Jetzt ich nicht mehr 3-0 3-0 3-0 3-0 Outrace jetzt immer wieder stehe tötet als ich den Mech steigen kann Hin wieder auf den Beinen Oh komm da her Es war jetzt ärgerlich dass ich das nicht mehr machen kann Wir können es auf jeden Fall schaffen Ja Ich denke es ist gut wenn wir wirklich alle links mit hoch kommen Außer was weiß ich Ja was ist links? Ganz links außen rum nicht direkt ins Haus und dann rechts Du weißt ja wir die Reult wieder haben ne Ach komm schon Kommt einfach mir nach jetzt Ab sich sei Und die Saja können wir auf den Weg nochmal mitnehmen hier Fuck Egal Ja Ah nicht egal Es ist leider nicht egal Genau das müssen wir auch machen Wir müssen eigentlich die Mercy am Arsch kriegen und dann ist egal von wo wir reingehen Ach Er war knapp ich wäre fast noch in einen von euch reingerannt Hm ja Der hoogt mich Soll mal überlegen können wir was counterpicken Soll ich Winston mal nehmen? Ich glaub das ist besser Ich guck immer den Huch Ich guck immer den Huch Hinter uns Ich hab nur die Idee gewählt Du solltest nicht jedes Mal kämpfen bis da ab Ah May wäre glaub ich besser Ich geh jetzt Ah Ja Leute Die sind irgendwie grad beschäftigt irgendwie? Ja mit uns Gut das Mercy hat schon geholt Ihr auch habt getreilt Ja Ja Ich bin Lowey Schade Ich muss drücken Ich bin leider ledig Fuckfuckfuckfuckfuckfuck So jetzt nehm ich mei So hab alle gut hab Tracer klebt mir am Arsch wie sonst was Die macht den das ganze Spiel Es ist nur ne Tracer Es ist nur ne Tracer Nur du hast Probleme mit dir Natürlich ist das Backe Aber Es ist nur halt Sammeln 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 Flog ihr weg 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 Danke Okay Okay So Wir pushen einfach von rechts Okay Ja Lukas Du gehst alleine gerade Ja Ja Zarya Vielleicht Alter Geht jemand auf den Punkt Ich hab Ulti in 5% Ich glaub wir haben grad ne gute Ausgangsposition Ne Wie auch immer trifft mit seinem Hooker Ticken wir auf die Eier Das war's Das war's Scheiße Hey Das können wir noch geringen Wir hatten ein Maximum an Zeit Unglaublich Der letzte Punkt ist einfach hart Ja Ich werd am ersten verteidigen Wir haben keine andere Wahl Ja Ich nehm Symmetra Das wird relativ easy werden Ne Ich glaub nicht Obwohl die Tracer nicht Die Tracer Aber ich hab ne Idee Ich werd einfach meinen Teleporter verteidigen Ich könnte auch direkt main nehmen Es ist auch super Naja der TP wäre eigentlich ganz geil Weil Und vor allem du bist gegen Gegen Tracer bist du ja auch sehr gut ne Ja Ja richtig Ich werd einfach mich Ich werd einfach meinen TP campen Und ihr verteidigt den Rest Ja 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 Tracer ist Pharah ganz okay Beziehungsweise wenn grad keiner da ist Kann's auch mit zum Tor kommen Wir haben Nein Pharah bitte nicht Obwohl Sicher Damage Damage ist gut Ja wir haben Damage aber Ja Ja okay Probieren wir's aus Ja Wir haben TP und Pharah kann die Genau Das Gute ist wenn die wieder Tracer haben Wird sie bestimmt ihre Ulti noch Und meine Geschütze raushauen Ist schon in Ordnung Sie wird sowieso nachher von meinem TP So Abgelenkt sein Die Geschütze werden sie so dran installieren Eine Tracer wird nicht reichen Für die denk ich Schadensboost aktiviert Also nicht so offensiv gleich am Tor Immer schön Ja Ich denk mal Tracer wird die ganze Zeit an mir kleben Da ist Torbjörn auch sehr gut Weil am Geschütz Seid nur nah beim Geschütz stehen Genau am Geschütz kann Tracer mir nichts tun Außer sie liegt Hier erstmal ein bisschen defensiver Äh wo willst du deinen Willst du einen Laser haben Turi? Glaub ich Jetzt will ich das same verziehen Da oben war ich Komm ich mach erstmal oben Ich stell dir den Laser dahin Du weißt ja hier wieder eine Ecke ein Wreck der Eck Äh Bisschen weiter nach vorne sollten wir Ja Ich hab ich Äh Pharah da oben wirst du extrem schnell sterben Lukas Wir haben kein unnötiges Risiko eingehen Wenn die jetzt rushen Ja Sind zwar in rushen aber wir wollen nicht dass sie rushen Die sind in rushen Äh besser werden die Witze heute nicht du Hauptsache das Game wird besser als das letzte Über den Rest kann ich noch lachen Gibt's nicht Hanzo Ach man TP Äh ready? Schnell Schnell Die kommen durch Die Russen Brauchen den jetzt Ja Die kommt sofort Ich hab noch 10 Leben Ich bin tot So Die steht Gas geben Gas geben Gas geben Gas geben Gas geben Lass sie nicht das erste Geht drauf Ist niemand mehr drauf Geht drauf Ist niemand mehr drauf Müsst schon irgendwie auf den Punkt gehen Ich bin auf den Punkt サke san Noch eine Aufladung Flögel Einer Nein Das war's Flo May Ja bis die da so durchmarschiert sind wir können immer noch den punkt halten die werden waschen die haben den lucio die sind sofort sind gleich hier dann nehmen wir sie mal in die fahne die werden mich gleich versuchen richtig zu das war perfekt dass du da gestanden hast tourie ich konnte rausfliegen zurück 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 ich habe keine holt mehr wo sind die gegner sind die hier links durch die war ist ja ja die haben die frage ist haben wir da noch genug der mensch oder rot war auch gut wir brauchen und wort er geschossen mit team die haben ich habe ein gutes gefühl ich habe ich habe ein ult gefühl wir haben auch niemanden der besonders gefährlich für mich ist außer haben die laufen jetzt gleiche karte noch mal oder was also dann ist es unentschieden warten was einfach abkommt sind will ich auch noch gehen meistens ich will was ein ich versuche mal den hand so hier zu nerven warum wir die wiederbelebung noch nicht oder war relativ wie so eine floh kannst du zurückkommen klar sie haben 60 leben noch perfekt nein an so einem killt der ist direkt an der kant von einem schild vorbeigeflogen ich bin ab jetzt müsste ich schon wieder schaffen kommen die ist tot ich will die ein ich bin auch ja wenn ich es überleben hat er haben so sieht schon sehr hart auf mich sie sind jetzt mal holen wir haben ja klar wir haben hinter uns nicht zu viele vom punkt weg da steht er gerade alleine ich versuche ein bisschen zu flanken und die obere plattenform hans zählt sie wirklich sehr gezielt auf mich ich muss an die linke seite gehen unser wichtigstes stück und unser geld wir haben aktuell nur unsere beiden holz die haben jetzt einen reinhardt zwei pushes müssten die noch schaffen in der zeit könnte ich vielleicht auf jungles übergehen ich bin da haben so halt haha schön schnell auf den punkt die dürfen den ersten die sieht aus ich habe meine da kriegen wir doch was raus oder wir haben meine ult jetzt nicht mehr solcher hat mich der ist aber der eine ich bin tot ruhig 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 lukas fliegt zurück wieder schön hinten bleiben die gegner haben mehr angst vor uns als wir vor ihm lukas linke seite linke seite linke seite die nice das tut man erholt richtig gut 62 prozent das könnte es gewesen sein ja das war's das war ja das war das highlight auch ich bin mir mal den solcher erfreut sich wenn ich ihn ich habe meinen rest auch noch ich würde sagen ja wir sind jetzt alle und feuer okers gut reagiert ja ja und reaktion und entschieden genau zweimal nur verloren in zehn matches das war klar kann so gegen die stirn klatschen so vielen dank warte ich habe mein wort noch nicht vergeben bin ich mal geschehen bin ich mal gespannt 17.400 heal gewonnen 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 verloren schon traurig dass man unentschieden ich hab 2772 hat jemand mehr 2772 ich wie viel 76 am ende ja nice so er muss ja mal in karriere gucken ja 2772 2650 also also road to gold beginnt jetzt und dann road of diamond genau und dann road to bronze wir droppen jetzt nicht aus silber raus ich glaube auch nicht ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dass wir das hinkriegen aus silber raus zu droppen naja wir fallen nach oben wir fallen die treppe hoch genau bück dich hoch du bist da hoch gekommen ich bin gefallen oh leute ich knacke übrigens bald die 190 stunden mercy 189 sehr schön mädels so ich bin jetzt erstmal raus gell ich auch wir wollen euch noch einen schönen abend bis dann ciao user disk